Alle gut, die macht ja alle gut. Komm Domenico. Er macht ihn! Der ist eiskalt. Beide eiskalt. 68. Minute, der Chef Strubbel rasiert. Und da lässt er sich vollkommen zurecht feiern. Da macht er den Jogi Löw Torjubel. Jogi, Jogi, Jogi. Ey, für den ganzen Chat, was das war von Chef Strubbel. Das war vorher abgemacht. Er kriegt 50 Subgifs, wenn er mit dem Torjubel Jogi Löw huldigt. Hat sich am Sack.